das gute wetter nutzen um ein bisschen durch köln zu tingeln und julius liebt ja den kölner dom gerade zug fahren war auch schon highlight weil wir haben die feuerwehrstation gesehen wir haben die polizeistation gesehen es sind heute super viele eishockey fans unterwegs was julius auch ganz spannend findet jetzt gehen wir erstmal den dom anzünden also eine kerze anzünden oh leute schaut mal was wir in köln gefunden haben ein laden wo es so türkische plätzchen gibt sowie der der eigentlich geschlossen hat der da bei peter und meiner alten wohnung war am eigelstein und so einen haben wir jetzt in der südstadt gefunden und bin ich glücklich ja wir waren noch am dom wir waren am rhein waren auf dem spielplatz wir sind die promenade einmal hoch und runter hatten richtig schönen tag und videos fand richtig richtig cool zug fahren ja das war